Ich bin Ahmed Waalashire, eine Abgeordnete von Somalien, im Namen von Somalien. Ich habe eine Nachricht und bitte an Europa. Wir wollen die Länder, Deutschland, Frankreich, Niederland, Italien, Österreich, Zwieserland, Belgien, Dänemark, Sweden, Norway und vielen. Somalien ist eine eigene Stadt seit 1991 und wir wollen, dass es alles eigener Länder anerkannt wird. Hier gibt es Frieden seit fast 31 Jahren und jeder hinsichtlich ist die Somalien ein eigenes Land und es sollte alles solche anerkannt werden. Ich bin Ahmed Waalashire.